Hast du... Hast du... Links hinter dem Boot. An dem Stein. Siehst du? Den fetten Stein. Rechts vom Stein, jetzt läuft über den Strand. Ja, ja, ja. Ich schieße. Hat sich weggerollt, der Pisser. Oh, wow, okay. Gigi, ich habe ihn gerade gesehen. Der hat voll in unsere Richtung, der hat uns gesehen gehabt. Ja, ich weiß. Ich habe ja auch auf den geschossen, Alter. In dem Moment, wo ich gepiekt habe, hat er mich gesehen. Aber sich hinzulegen ist halt das Dämmste, was man machen kann, Alter. Da hast du einfach nur deine Birne mitten... Das riesige Ziel, das auf deinen Gegner zeigt. Ja. Da bist du halt auch am schnellsten einfach drohen, weil die größte Wahrscheinlichkeit ist, dass dein Kopf wird einfach mal getroffen wird. Ja, genau. Und dann bist du direkt ripp. Er hatte, glaube ich, sogar einen Helm. Warte, der hat das Loot herbekommen. Ja, entweder war der, aber was kann man hier denn looten? Nee, du kannst ja gar nicht viel looten. Nee, der hat im Süden gelootet und ist mit einer Cabo oder einem Boot nach Norden gefahren. Ja, das war auf jeden Fall der Typ, der, der... Ich kann eigentlich nicht bringen, den zu looten. Der ist nicht ganz drin. Die Zeit schaffe ich nicht. Jetzt höre ich aber auch ein Boot oder sowas, oder ein Auto, was irgendwo... Das war kurz sehr penetrant laut und ist es aber weg. Ich dachte, ich bin gerade bei dem Typ, ich gehe drauf, weil der direkt so voll in meine Richtung geklotzert hat oder in deine. Es hat für mich aus, als würde er mich anschauen, weil das erkennst du nicht auf die Distanz. Hast du ihm eigentlich in die Birne geschossen? Ja. Ja, ich habe da auch einmal reingehalten. Ich wusste aber nicht, ob ich getroffen habe oder nicht. Der hat sich hingelegt. Ich habe ihn... Und mein erster Schuss ging halt daneben, weil er sich direkt weggerollt hat. Aber der zweite Schuss, der saß dann. Das ist gerade das Flugzeug jetzt. Ne, warte mal, hä? Schau mal, ob da jemand im Wasser rechts von dir kommt. Ich, dass wir noch Kollegen im Wasser irgendwo haben. Bö. Ah, bei mir auch nicht. Keiner mehr. Ah, ah, Kopf runter. Am nächsten Sprink werden wir nicht mehr drin sein. Nee, keine Chance. Wir hätten noch eine Chance, dass so ein Fleckchen Wasser drin bleibt. Ja, kann schon sein, aber da musst du dich hinlegen oder so. Das ist auch ziemlich scheiße. Naja, besser als nix. Wie weit geht in die Zone über... Oh, wow. Die Zone geht bei dir noch voll weit hinter, glaube ich, ne? Relativ weit hinter, ja. Und das ist die Ruinen, sind auch in den Ruinen, wird hundert pro jemand drin sein. Ziemlich sicher. Für unseren Rechten? Ja, Ruinen sind ziemlich beliebt. Weiß nicht, ich bin kein Fan. Ja, du und wir nicht vielleicht so, aber es ist... Ich bin der Meinung, dass Ruinen allgemein relativ beliebt sind, irgendwie so reingehen, so zum Verstecken. Weil eh schon alles kaputt ist, so ein bisschen ist alles auch nicht mehr so klar erkennbar, ob da jetzt was drin ist genau oder nicht. Wahrscheinlich sind wir eh knapp draußen jetzt wieder. Oh, das ist gut. Ich droppe mal meinen Rucksack hier. Oh, je, nicht. Ich glaube, ich kann hier bleiben. Ich kann hier im Wasser hocken bleiben. Rechts von uns einer. Tu die Birne runter. Der ist links von der Palme. Ja, ich weiß. Aim du auf die linke Seite. Aim du auf die linke Seite. Dann mach ich links. Schieß du gerade? Ja, ich schieße, ich schieße, ich, ich. Seh nicht mehr. Ah. Das war Fail. Unangenehm. Ja, das war Fail. Es sei ja locker drin, ne? Ja. Ja, der schießt auf mich. Wir sehen aber nicht. Ah doch, ah, falsche Palme. Ja. Aim der hat auf dich und auf mich? Ja, auf mich. Der hat auf mich geschossen. Warte, ich geh noch mal hochatmen. Zeig mich kurz, ja? Du musst kurz schießen. Hat Nick kassiert. Sauber. Ja, nice. Wir haben uns die falsche Palme geschossen. Oder ich zumindest. Nee, ich hab auf die richtige Palme geschossen. Das Ganze mit 100 HP haben wir gut gemacht. Doch viel Gegner. Ja, die werden mehr Ruine sein oder andere Seite noch. Ich glaube nicht unbedingt, dass hier direkt noch einer so close ist. Weiß man natürlich nicht, aber... Nichts via... Das war eine so schuldige. Das war auch... Das war auch... Was war denn das? Das ist gescheitend und L4? Ja, ich hätte gesagt, der hat eine L4. ja ich würde auch sagen wenn natürlich eine möglichkeit den zu looten sicher ja aber wenn überhaupt sollte ich den looten weil du wenn du damit das ding raus gehst du kannst du auch besseren support geben mit der weiß nicht ich brauche eher eine m4 alter jetzt für den endkampf wäre automatische waffe nicht schlecht ist mit der m4 glaube ich nicht so schlecht bedient wer ich leh natürlich nicht ich weiß was gegen guten ja ja klar haben das kein rucksack mehr sollten das bloß ein bisschen bei dem ist direkt neben deinem rucksack wenn wir den brauchen dann holen wir den mal kurz mein rucksack hier weil ich kann mich ja noch mal weiter wenn eben dem sein ja aber ich nehme mal einfach den zur not mal kurz mit hier ich glaube schon mal die richtung von dem typen mehr das hat sich gerade erst verschoben ich sehe zwei mann links ja 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 ich schieße auf den schützen der schütze ist noch einer war das ja so ich habe ich habe den ich habe den der sich dadurch ist krass gerollt hat ja 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 im probus noch doch der schütte ob den schützer haben wir kurz aufgeräumt geht bis wollen wir so noch nicht raus aber wir müssen so langsam war ja wenn du noch eine waffe willst davon dem kerl sollten wir langsam raus wir haben nicht mehr so viel zeit glaube ich weiß es nicht ja hat auf jeden fall ein m4 ja ja geil alter warum gibt mir ein bisschen hier ist danach jawohl weil die politik weil ich das stückte restriktet ja ein alter genau eine sorte muni und habe keine ahnung welche ich will ich hier vor dem stein über die doch irgendwo durchs gras der besser als wir doch nicht erzählen ich glaube der nächste runde flackiere ich rechts rum bei der nächsten zone nördlich das steinchen noch drin das andere da ja da drüben der stein der ist nicht mehr sohn ist er noch 100 meter oder 20 laut meine marke ja es ist auch ich hatte gerade so das gefühl dass die ganzen typen für mich schön angehittert ich habe noch einmal drauf geschossen die beiden letzten die du getötet das habe ich jeweils einmal getroffen deswegen war es auch so leicht für mich aber auch in unsere richtung auf jeden fall schon mal es ist halt echt blöd dass hier so eine dumme gruppe ist so ein bisschen ich glaube aber nicht dass der doch dann links ist wo die anderen typen waren für den ersten vermuten dass er das ja noch auf der seite ist vielleicht ist er jetzt ein bisschen nach rechts gegangen aber der war grob war der war im norden und letzter auch noch recht ist auch recht nach wir kriegen wir teilen uns müssen auch vermessen und wenn einer von uns beschossen wird dann muss der andere halt sofort anfangen zu schießen dass wir uns gegenseitig körpern können ich erst vor allem ist es so dass meine deckung wenn sowas sowas kann es uns dann zerficken durch das kam meistens hat echt auch ich werde loslaufen wenn es restricted ist ja wir haben 20 meter müssen die büsche vor uns reicht es die büsche für uns ja der meinung der rechte noch nicht die anderen aber die großen doch der rechte reicht der rechte reicht weiß was ist mit dem fetten stein da meinst du das jetzt noch in denen der kann der gar nicht mehr drin sein eigentlich kann der nicht mehr bitte stein ich würde sagen dass draußen ja ich würde auch sagen weiß wenn der das haben wir ein problem alter weil dann schockt der 100 pro dahinter oder der bus hinter mir blockiert auch meine kamera es wird gleich jetzt fertig also gleiche stück jetzt sein er ist vor dem stein den wir angesagt haben auf der rechten seite warte ich hab eine granate oder warte granaten kill granaten kill granaten kill komm 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 hey was macht denn der da hä lol nicht mal ansatzweise ja aber weißt du wo der hingeschaut hat er hat dahin geschaut er hat da hinüber geschaut und wir genau in der gegenrichtung ist ja die war das die geschalt impfte also wieder leichenstellung hier wir müssen uns noch ein zwei kugeln aufgeben ich habe noch zehn magazine reicht schon für den kopf glaube ich muss ich dann aber den schalter runter machen jetzt schien hier sind hier ist ein schalter im fall gespawnt hier schau mal weil das mein nachhalt der gerade noch so krass war ist das schon die endzüge war das schon feiner kreis jetzt